Eines Tages schlägt auch für Tengil die Stunde, sagte Jonathan. Wir lagen unten am Fluß im Gras, und es war so ein Morgen, an dem man sich gar nicht vorstellen kann, dass es einen Tengil oder sonst etwas Böses auf der Welt gibt. Ganz still und friedlich war es. Zwischen den Steinen unter der Brücke gluckerte leise das Wasser. Ja, sonst hörte man nichts. Es war schön, dort auf dem Rücken zu liegen und nichts weiter zu sehen als die weißen Wölkchen oben am Himmel. Man konnte einfach da liegen und sich wohlfühlen, vor sich hinsummen und auf alles übrige pfeifen. Und da fängt Jonathan von Tengil an. Ich wollte nicht an ihn erinnert werden, sagte aber doch, Was meinst du damit, dass für Tengil die Stunde schlägt? Na, dass es ihm genauso geht, wie es allen Tyrannen früher oder später ergeht, sagte Jonathan. Dass er wie eine Laus zerquetscht wird und für immer verschwindet. Hoffentlich geschieht es bald, sagte ich. Da mummelte Jonathan vor sich hin. Aber er ist stark, dieser Tengil, und er hat Kattler. Wieder nannte er diesen furchtbaren Namen. Ich wollte ihn danach fragen, ließ es aber bleiben. An so einem herrlichen Morgen war es besser, nichts von Kattler zu erfahren. Doch dann sagte Jonathan etwas, das schlimmer war als alles andere. Krümel, du wirst eine Zeit lang auf dem Reiterhof allein bleiben müssen, denn ich muß ins Heckenrosenthal. Wie konnte er nur so etwas Schreckliches sagen? Wie konnte er glauben, ich würde auch nur eine einzige Minute ohne ihn im Reiterhof bleiben? Und wenn er sich, Tengil, geradewegs in den Rachen stürzte, ich würde ihn begleiten. Und das sagte ich ihm auch. Da sah er mich so seltsam an und sagte, Krümel, ich habe einen einzigen Bruder, und den möchte ich vor allem Bösen bewahren. Wie kannst du von mir verlangen, dass ich dich mitnehme, wo ich doch all meine Kraft für anderes brauche, für etwas, das wirklich gefährlich ist? Doch was er auch sagte, es half nichts. Ich war traurig und so böse, dass es in mir kochte, und ich schrie, und du, wie kannst du von mir verlangen, dass ich allein im Reiterhof hocke und auf dich warte, und du womöglich niemals wiederkommst? Plötzlich mußte ich daran denken, wie es damals gewesen war. Damals, als Jonathan tot und fort gewesen war, und ich auf meiner Schlafbank in der Küche gelegen, und nicht mit Sicherheit gewußt hatte, ob ich ihn wiedersehen würde. Daran zu denken war, wie in ein schwarzes Loch starren. Und nun wollte er mich wieder verlassen. Einfach fortgehen, sich in Gefahren begeben, von denen ich nichts wußte. Und wenn er nicht zurückkam, dann gab es diesmal keine Hilfe mehr. Dann würde ich für immer allein sein. Ich spürte, dass ich immer zorniger wurde, und schließlich schrie ich ihn an und sagte ihm so viele Gemeinheiten, wie mir nur einfielen. Es war nicht leicht für ihn, mich zu beruhigen, einigermaßen zu beruhigen. Aber natürlich brachte er es schließlich fertig. Ich wußte ja, dass er alles besser verstand als ich. Dummkopf Tu, natürlich komme ich wieder, sagte er. Er sagte es, als wir uns abends in der Küche am Feuer wärmten, an jenem Abend, bevor er sich auf den Weg machte. Jetzt war ich nicht mehr böse, nur noch traurig, und Jonathan wußte es. Er war sehr lieb zu mir. Er gab mir frischgebackenes Brot mit Butter und Honig und erzählte mir Sagen und Geschichten. Aber ich konnte gar nicht zuhören. Ich dachte an das, was mir Jonathan von Tengi erzählt hatte. Und es kam mir vor, als wäre es die grausamste aller Sagen. Ich fragte Jonathan, warum er sich in eine solche Gefahr begeben müsse. Ebenso gut könne er doch zu Hause am Feuer sitzen und es sich gut gehen lassen. Aber da, antwortete mir Jonathan, es gäbe Dinge, die man tun müsse, selbst wenn es gefährlich sei. Aber warum bloß, fragte ich. Weil man sonst kein Mensch ist, sondern nur ein Häuflein Dreck, erwiderte er. Er hatte mir erzählt, was er vorhatte. Er wollte versuchen, Orwa aus der Kattlerhöhle zu befreien. Denn Orwa sei sogar noch wichtiger als Sophia, sagte er. Und ohne Orwa wäre es wohl aus mit Nangialas grünen Tälern. Es war spät am Abend, das Feuer im Kamin erlosch, es wurde Nacht. Und es wurde wieder Tag. Ich stand an der Gartenpforte und sah Jonathan davonreiten und im Nebel verschwinden. Ja, an diesem Morgen lag Nebel über dem Kirschtal. Und glaubt mir, das Herz wollte mir brechen. So war mir zumute, als ich dort stand und mit ansehen musste, wie ihn der Nebel verschlang. Wie Jonathan ausgelöscht wurde und verschwand. Und ich blieb allein zurück. Es war nicht zu ertragen. Ich war wie verrückt vor Kummer. Ich lief in den Stall, führte Fiala hinaus, warf mich in den Sattel und jagte hinter Jonathan her. Einmal noch musste ich ihn sehen, ehe ich ihn vielleicht für immer verlor. Er wollte erst zum Tuliperhof reiten, um von Sophia Anweisungen zu bekommen. Das wusste ich, also ritt ich dorthin. Ich ritt wie ein Besessener, und dicht vor dem Hof holte ich ihn ein. Da schämte ich mich fast und wollte mich verstecken. Aber er hatte mich schon gesehen und gehört. Was willst du? fragte er. Ja, was wollte ich eigentlich? Kommst du auch ganz bestimmt wieder? mummelte ich. Es war das Einzige, was mir einfiel. Da kam er an meine Seite geritten, und unsere Pferde blieben nebeneinander stehen. Er wischte mir etwas von der Wange, Tränen waren es wohl, mit dem Zeigefinger Tatas. Und dann sagte er, weine nicht, Krümel, wir sehen uns wieder, bestimmt. Und wenn nicht hier, dann in Nangilima. Nangilima? fragte ich. Was ist denn das? Davon erzähle ich dir ein andermal, antwortete Jonathan. Ich begreife nicht, wie ich diese Zeit allein auf dem Reiterhof ertragen habe. Und weiß nicht, wie ich diese Tage verbrachte. Natürlich versorgte ich meine Tiere. Meistens war ich wohl im Stall bei Fiala. Und manche Stunde hockte ich bei meinen Kaninchen und redete mit ihnen. Ein wenig angelte ich auch und badete und schoss mit Pfeil und Bogen nach der Scheibe. Doch alles kam mir so dumm vor, weil Jonathan nicht dabei war. Hin und wieder brachte Sophia mir Essen und dann sprachen wir von ihm. Ständig hoffte ich, sie werde sagen, jetzt kommt er bald nach Hause. Aber sie sagte es nicht. Und ich wollte sie fragen, warum sie nicht an Jonathans Stelle ausgezogen sei, um Orwa zu befreien. Doch wozu fragen? Ich wußte es ja. Weil Tengil Sophia hasste. Sophia im Kirschtal und Orwa im Heckenrosenthal sind seine ärgsten Feinde. Und glaub mir, er weiß es, hatte Jonathan gesagt, als er mir alles erzählt hatte. Orwa hält er in der Kattlerhöhle gefangen. Und nur zu gern will er auch Sophia dahin schaffen, um sie verschmachten und sterben zu lassen. Dieser elende Kerl. Fünfzehn Schimmel hat er demjenigen als Belohnung versprochen, der ihm Sophia tot oder lebendig bringt. All das hatte Jonathan mir erzählt. Also wußte ich recht gut, warum Sophia nicht in das Heckenrosenthal reiten konnte. Stattdessen mußte Jonathan es tun. Von ihm wußte Tengil nichts. Wenigstens konnte man es glauben und hoffen. Doch einer mußte durchschaut haben, daß Jonathan nicht nur ein Gärtnerbursche war. Jener Mann, der nachts bei uns gewesen war. Jener, den ich am Küchenschrank gesehen hatte. Vor ihm konnte sich Sophia nicht genug hüten. Jener Mann weiß zu viel, sagte sie. Und sie wünschte, daß ich ihr sofort berichtete, wenn wieder jemand auf dem Reiterhof herumschnüffelte. Ich aber sagte ihr, daß man im Küchenschrank vergeblich suchen werde. Denn die geheimen Papiere seien nun woanders verwahrt. Sie lägen jetzt in der Geschirrkammer, in der Haferkiste, in einer großen Schnupftabaksdose. Unter all dem Hafer. Sophia ging mit mir in die Geschirrkammer und kramte die Dose hervor und legte eine neue Botschaft hinein. Es sei ein gutes Versteck, meinte sie. Und das fand ich auch. Halte durch, wenn du irgend kannst, sagte Sophia, als sie ging. Ich weiß, es ist schwer, aber du musst durchhalten. Und ob es schwer war. Besonders abends und nachts. Ich träumte so schrecklich von Jonathan und ängstigte mich immer um ihn, auch wenn ich wach war. Eines Abends ritt ich zum goldenen Hahn. Ich ertrug es nicht, nur zu Hause zu hocken. Es war so still auf dem Reiterhof. Meine Gedanken waren nur allzu gut zu hören. Und es waren Gedanken, die mich nicht froh machten. Wie mich alle anstarrten, als ich ohne Jonathan in die Schankstube trat. Was ist denn los? fragte Jossi. Nur die Hälfte der Brüder Löwenherz. Wo hast du denn Jonathan gelassen? Oh, jetzt saß ich in der Patsche. Natürlich dachte ich an das, was Jonathan und Sophia mir immer wieder gesagt hatten. Was auch geschah, keinesfalls durfte ich erzählen, was Jonathan vorhatte und wohin er unterwegs war. Keiner Menschen Seele. Ich tat also, als hätte ich Jossis Frage überhört. Aber dort saß Hubert an seinem Tisch und wollte es auch wissen. Ja, wo ist Jonathan? fragte er. Sophia ist doch ihren Gärtnerburschen nicht etwa losgeworden. Jonathan ist auf der Jagd, sagte ich. Er ist in den Bergen und jagt Wölfe. Irgendwas musste ich ja sagen. Und ich fand, es war gut ausgedacht. Denn Jonathan hatte mir erzählt, es gäbe in den Bergen. Es gäbe in den Bergen. Hier und da Wölfe. Sophia war an diesem Abend nicht im Wirtshaus. Doch sonst war fast das ganze Dorf dort versammelt, wie immer. Und alle sangen ihre Lieder und vergnügten sich wie immer. Ich aber sang nicht mit. Für mich war es nicht wie immer. Ohne Jonathan fühlte ich mich dort nicht wohl. Deshalb blieb ich auch nicht lange. Schau nicht so traurig rein, Karl-Löwen-Herz, sagte Jossi, als ich ging. Jonathan hat wohl bald genug gejagt. Und dann kommt er wieder heim. Oh, wie dankbar ich ihm für diese Worte war. Jossi streichelte mir die Wange und schenkte mir ein paar Kekse. Da hast du was zu knabbern, während du zu Hause sitzt und auf Jonathan wartest, sagte er. Er war wirklich nett, der Goldhahn. Und deshalb kam ich mir ein bisschen weniger verlassen vor. Ich ritt mit meinen Keksen nach Hause, setzte mich vor das Feuer und aß sie auf. Tagsüber war es jetzt warm. Es war ja auch beinahe Sommer. Trotzdem musste ich noch unseren großen Kamin heizen, denn die Sonnenwärme hatte die dicken Mauern des Hauses noch nicht durchdrungen. Ich fuhr, als ich auf meine Schlafbahn kroch. Dennoch schlief ich bald ein, und ich träumte von Jonathan. Ein Traum, so grauenvoll, dass ich davon aufwachte. Ja, Jonathan, schrie ich. Ich komme, schrie ich und stürzte aus dem Bett. Die Dunkelheit ringsum schien wieder zu heilen von Schreien, von Jonathans Schreien. Er hatte in Traum nach mir gerufen. Er brauchte Hilfe. Ich wußte es. Ich hörte ihn noch immer und wäre am liebsten in die finstere Nacht hinausgestürzt, um zu ihm zu gelangen, wo immer er war. Doch bald sah ich ein, wie unmöglich es war. Was konnte ich schon tun? Niemand war so hilflos wie ich. Ich konnte nur in mein Bett zurückkriechen. Und dort lag ich dann zitternd und fühlte mich so verloren, klein und verängstigt und einsam, so einsam wie niemand sonst auf der Welt. Und es wurde auch nicht viel besser, als der Morgen kam und ein heller, klarer Tag anbrach. Gewiss war es jetzt schwerer, sich richtig zu erinnern, wie schrecklich der Traum gewesen war. Aber dass Jonathan um Hilfe geschrien hatte, das konnte ich nicht vergessen. Mein Bruder hatte mich gerufen. Musste ich da nicht versuchen, zu ihm zu gelangen? Ich saß stundenlang draußen bei meinen Kaninchen und grübelte, was ich tun könnte. Es gab niemanden, mit dem ich hätte sprechen. Niemanden, den ich hätte fragen können. Ich musste selber entscheiden. Zu Sophia konnte ich nicht gehen. Sie hätte mich zurückgehalten. Nie im Leben würde sie mich fortlassen. So närrisch war sie nicht. Denn das, was ich vorhatte, das war ganz gewiss närrisch. Und auch gefährlich. Über alle Maßen gefährlich. Und ich war ja nicht gerade der Mutigste. Wie lange ich dort neben der Stallwand gesessen und Gras ausgerupft habe, das weiß ich nicht. Jedenfalls rupfte ich jeden einzelnen Grashallen um mich herum aus. Doch das merkte ich erst hinterher. Nicht während ich dort saß und mich quälte. Die Stunden vergingen und vielleicht säße ich immer noch dort, wäre mir nicht plötzlich eingefallen, was Jonathan gesagt hatte. Manchmal müsse man etwas Gefährliches tun, weil man sonst kein Mensch sei, sondern nur ein Häuflein Dreck. Da entschloss ich mich. Ich schlug mit der Faust auf den Käfig, dass die Kaninchen zusammenfuhren und sagte laut, damit es auch keinen Zweifel mehr gäbe, ich tue es, ich tue es, ich bin kein Häuflein Dreck. Oh, was für ein schönes Gefühl es war, sich endlich entschlossen zu haben. Ich weiß, dass es richtig ist, sagte ich zu den Kaninchen, denn sonst hatte ich ja niemanden, mit dem ich reden konnte. Die Kaninchen, ja, die würden jetzt verwildern. Ich nahm sie aus dem Käfig, trug sie auf dem Arm bis zur Gartenpforte und zeigte ihnen das grüne, liebliche Kirschtal. Das ganze Tal ist voller Gras, sagte ich, und da gibt es eine Menge anderer Kaninchen, mit denen ihr zusammen sein könnt. Ich glaube, es ist da viel lustiger für euch als im Käfig. Nur vor dem Fuchs und vor Hubert müsst ihr euch in Acht nehmen. Alle drei schienen ein wenig verdutzt und machten ein paar kleine Hopser, als wollten sie feststellen, ob dies auch wahr sein könnte. Doch dann liefen sie davon und verschwanden blitzschnell zwischen den grünen Hügeln. Danach machte ich mich eiligst daran, alles vorzubereiten. Ich trug zusammen, was ich mitnehmen wollte. Eine Wolldecke, mit der ich mich zudecken konnte. Einen Feuerstein zum Feuer anmachen, einen Sack voller Hafer für Fiala und Reiseproviant für mich selber. Allerdings hatte ich nichts anderes als Brot, aber es war das beste Brot, das es gab, Sophias Roggenbrot. Sie hatte mir eine ganze Menge davon gebracht und ich stopfte meinen Rucksack voll damit. Das reicht lange, dachte ich. Und wenn es alle ist, dann muss ich wohl Gras essen, wie die Kaninchen. Sophia hatte versprochen, mir am nächsten Tag Suppe zu bringen. Doch dann würde ich schon weit fort sein. Die arme Sophia, nur musste sie ihre Suppe selber essen. Aber ich durfte sie nicht im Ungewissen darüber lassen, wo ich war. Erfahren musste sie es, allerdings erst, wenn es zu spät war. Zu spät, um mich zurückzuhalten. Ich nahm ein Stück Kohle aus dem Herd und schrieb mit großen schwarzen Buchstaben an die Küchenwand. Jemand rief nach mir im Traum. Ihn suche ich in der Ferne hinter den Bergen. So rätselhaft schrieb ich, weil ich dachte, kommt ein anderer als Sophia auf den Reiterhof, einer, der nur schnüffeln will, dann versteht er diese Worte nicht. Vielleicht glaubt er, ich hätte versucht, so etwas wie ein Gedicht zu machen. Sophia aber würde sofort verstehen, was ich damit sagen wollte. Ich bin fort, auf der Suche nach Jonathan. Ich war froh und zum ersten Mal kam ich mir tapfer und stark vor. Ich sang vor mich hin. Jemand rief nach mir im Traum, ihn suche ich in der Ferne hinter den Bergen. Wie gut es klang. Das werde ich Jonathan erzählen, wenn ich ihn finde, dachte ich. Falls ich ihn finde, dachte ich dann. Aber wenn nicht, und da verflog mein ganzer Mut, mit einem Mal, ich wurde wieder ein Häuflein Dreck. Ein kleines, ängstliches Häuflein Dreck. Was ich immer gewesen war. Und wie immer sehnte ich mich danach, bei Fjalla zu sein. Ich musste sofort zu ihm. Bei ihm zu sein, war das Einzige, was mir ein wenig half, wenn ich traurig und ängstlich war. Wie oft hatte ich nicht schon bei ihm in der Box gestanden, wenn ich es nicht ausgehalten hatte, länger allein zu sein. Wie oft hat es mich nicht schon getröstet, in seine Augen zu sehen, seine Wärme zu spüren, sein weiches Maul zu fühlen. Ohne Fjalla hätte ich diese Zeit ohne Jonathan nicht überstehen können. Ich lief zum Stall. Fjalla war nicht allein in seiner Box. Hubert stand neben ihm. Ja, da stand Hubert, tätschelte mein Pferd und setzte ein breites Grinsen auf, als er mich sah. Mir pochte das Herz. Er ist der Verräter, dachte ich. Wahrscheinlich hatte ich es schon lange gespürt. Jetzt aber war ich sicher. Hubert war der Verräter. Warum sonst war er zum Reithof gekommen und schnüffelte hier herum? Der Mann weiß zu viel, hatte Sophia gesagt. Und Hubert war dieser Mann. Das wurde mir jetzt klar. Aber wie viel wusste er? Wusste er alles? Wusste er auch, was wir in der Haferkiste versteckt hatten? Und ich versuchte nicht zu zeigen, wie groß meine Angst war. Was tust du hier? fragte ich so forsch, wie ich nur konnte. Was hast du bei Fjalla zu suchen? Nichts, sagte Hubert. Ich wollte zu dir, doch da hörte ich ein Pferd wie an. Und ich mag Pferde. Ein feines Pferd, dein Fjalla. Mir machst du nichts vor, dachte ich, und fragte. Und was willst du von mir? Dir das hier geben, sagte Hubert, und reichte mir etwas, das in ein Stück weißes Leinen gehüllt war. Du hast gestern Abend so traurig und hungrig ausgesehen. Und da dachte ich, dass es auf dem Reiterhof mit dem Essen vielleicht schlecht bestellt sei, jetzt wo Jonathan auf der Jagd ist. Ich wusste nicht, was ich tun oder sagen sollte. Und ich murmelte nur ein, danke. Aber nein, von einem Verräter konnte ich kein Essen annehmen. Oder doch? Ich öffnete das Leinenbündel und hielt eine prächtige Hammelkeule in der Hand, gedörrt und geräuchert. Ein Leckerbissen. Hammelfiedel nennt man diesen Schinken manchmal aus Spaß. Sie duftete herrlich. Ich hatte Lust, auf der Stelle hineinzubeißen. Dabei hätte ich Hubert eigentlich bitten müssen, sich mitsamt seiner Hammelfiedel zum Kuckuck zu scheren. Aber ich tat es nicht. Mit Verrätern abzurechnen, das war Sophias Sache. Mir blieb nichts anderes übrig, als ganz ahnungslos zu tun. Außerdem wollte ich die Hammelfiedel gern behalten. Nichts konnte mein Reisevorrat besser ergänzen. Hubert stand noch immer bei Fiala. Du bist wirklich ein schönes Pferd, sagte er. Beinahe ebenso schön wie meine Blender. Blender ist eine Schimmelstute, sagte ich. Magst du Schimmel? Ja, Schimmel mag ich besonders gern, sagte Hubert. Am liebsten hättest du wohl fünfzehn Stück davon, dachte ich, sprach es aber nicht aus. In diesem Augenblick sagte Hubert etwas Schreckliches. Wollen wir Fiala nicht ein bisschen Hafer geben? Es kann doch auch etwas Gutes kriegen. Ich konnte ihn nicht hindern. Er ging geradewegs in die Geschirrkammer und ich lief hinterher. Ich wollte schreien. Lass das! Kam aber kein Wort heraus. Hubert öffnete den Deckel der Haferkiste und ergriff die Kelle, die oben auflag. Ich schloss die Augen, denn ich wollte nicht mit ansehen, wie er die Schnupftabaksdose herausfischte. Da hörte ich ihn einen Fluch ausstoßen, öffnete die Augen und sah eine Maus über den Kistenrand flitzen. Hubert versuchte, ihr einen Tritt zu versetzen, doch sie huschte davon und verschwand irgendwo in einem Loch. Sie hat mich in den Daumen gebissen, das kleine Biest, sagte Hubert. Er besah sich seinen Daumen und da nützte ich die Gelegenheit. Ganz schnell füllte ich die Kelle voll Hafer und stug Hubert den Deckel vor der Nase zu. Da wird sich Fiala aber freuen, sagte ich. Um diese Tageszeit kriegt er sonst nie Hafer. Aber du freust dich wohl weniger, dachte ich, als Hubert kurzerhand auf Wiedersehen sagte und durch die Stalltür davontrottete. Diesmal hatte er keine Geheimbotschaften ergattern können, aber ich musste unbedingt ein neues Versteck finden. Nach langem Überlegen vergrub ich die Dose schließlich im Kartoffelkeller, gleich hinter der Tür links, und dann schrieb ich an die Küchenwand ein neues Rätsel für Sophia. Rotbart möchte viele Schimmel haben und weiß zu viel. Vorsicht! Mehr konnte ich für Sophia nicht tun. Am nächsten Morgen, bevor die Leute im Kirchtal erwachten, verließ ich bei Sonnenaufgang den Reiterhof und ritt in die Berge hinauf. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, uuuu' ıs